Allgemein, da kommt unser... Da schon... Unser General wieder. Oh, Torlando, der wollte, glaube ich, mit der Hexe ein Interview führen. Die haben wir nicht parat. Das ist blöd. Bauer, Bauer, Bauer... Naja, naja. Ich lese erstmal, was die... Was hat denn die Brieftaube zu sagen? Erik, König von De Wern. Was? Um Gottes Willen. Ivo, der König von Athana. Okay, das klärt jetzt hoffentlich eines eigentlich... Einiges auf. Erik, König von De Wern. Das bin ich, ja. Ich dachte, die Gerechtigkeit würde dich durch Radovias Hände finden. Aber ich nehme an, ich muss wohl einschreiten. Bitte was? Du hast nicht geglaubt, dass ich deinen angeblichen Beweis, dass du meinen Vater nicht ermordet hast, glauben würde. Wahrhaftig scheint mir, dass du eine unschuldige Person zum Turte verurteilt hast. Was? Wie fühlst du dich dabei? Ich fühle mich nicht schlecht. Ich habe deine Lügen durchschaut, Erik. Wer ist immer dieser Erik? Ich bin's nicht. Doch, ich bin's leider. Ja. Du würdest nicht jemanden für dein eigenes Fehlverhalten tun, sondern ich sehe, dass du auch böse, okkulte Rituale ausübst. Du hast immer einen schmutzigen Trick im Ärmel. Natürlich. Klar, nicht wahr, Erik? Ich nehme an, Hexerei passt perfekt zu einem Betrüger wie dir. Fallenberge genau da, wo du sie brauchst. Das war unsere Rettung. Also wir waren dann irgendwie so Soldaten-mäßig komplett unterlegen und dann ist der Berg da, wo die Schlacht stattfand, eingebrochen. Hat alle Soldaten unter sich begraben. Dafür gibt es keine andere Erklärung als Magie. Hast du meinen Vater vergiftet? Magie wie diese ist gefährlich und muss verbannt werden. Es gibt nur einen Weg, die Dinge wieder in Ordnung zu bringen. Da werden muss von aller Hexerei gereinigt werden, ausgehend von deinem Thronsaal. Hui. Ich werde alle teuflischen Dinge aus dieser Welt entfernen. Die Wahrheit wird ans Licht kommen. Du wirst für deine Sünden bezahlen. Und ich werde dich verbrennen und ausweiten. Mit freundlichen Grüßen. Ivo, der König von Athana. Also, der hat uns das mit dem Prozess leider nicht geglaubt, obwohl wir uns da viel Mühe gegeben haben. Hat er seinen Verstand verloren? Was soll der Scheiß? Böse Tricks. War ein schreckliches Seitenglück. Reines Glück. Euer Gnaden Ivo hat uns 3000 Mann versprochen. Wenn der jetzt mit 3000 Mann ums Eck kommt, wie gesagt, wir haben 30. Ein leichtes Ungleichverhältnis. Wir werden nicht lange durchhalten, wenn er mit einer großen Armee vor unsere Toren kommt. Wir müssen den Königsgipfel anrufen. Andere Könige wollen uns nicht helfen, aber wir müssen es versuchen. Ich werde die notwendigen Vorkehrungen treffen. Neuer Eintrag, neuer Eintrag. Wenn wir belagert werden, sollten wir uns besser mit Vorräten eindecken. Wir sollten mindestens fünf große Kisten mit Vorräten anstreben. Okay. Was ist jetzt eine Kiste? Sattfuß, hi. Sattfuß, hi. Weil der Berg bricht ja sowieso ein. Und vergräbt alle. Also ob es da dann einen Unterschied macht mit den ganzen Bemühungen vorher, weiß ich nicht. Die wöchentlichen Zusammenfassungen erhalten alle erforderlichen Informationen. Am besten legen wir am Ende jeder Woche alles beiseite, was wir können. Eintrag abgeschlossen. Okay. Was hast du noch? Äh, wir hatten großes Glück, diesen Kampf zu gewinnen. Wir haben die meisten unserer Männer verloren. Wir haben doch noch 30. Das reicht. Braucht man doch nicht. Ah. Ohne diese Lawine wären wir sicherlich besiegt worden. Ich weiß. Wir müssen wirklich mit dem Günstlerbretter sein. Konzentriert. Alter, ich hoffe, diesmal gilt es auch, ne? Vor allem, dann hast du es noch mit Timing gemacht, dass die Hexe und der Jeze und der General bei der Schlacht dabei sind. Na, dann war es, glaube ich, dann doch egal. Das erinnert so ein bisschen, ähm, Herr der Ringe, dritter Teil, die Schlacht um Gondor, wo gefühlt drei Stunden lang ein episches Schlachtengetümmel gezeigt wird und es sich nachher, wenn man mal drüber nachdenkt, jedenfalls im Film, dass es eigentlich auch egal ist, weil die Armee der Untoten eh kam. Man hätte auch, das ist so, eigentlich, was alles, was davor, ist doch egal gewesen. Die haben eh alles hinweggerafft. Also insofern, so fühlt man sich dann so ein bisschen. Ja, es war spannend, es war gut, aber, mhm, naja. So, ich hoffe, jetzt gilt, ich weiß nicht, ob ich mir jemals vergeben würde, wenn dieses Schloss zerstört würde. Vor allem, wenn ich noch innen drin bin. Was machen wir? Ich weiß noch nicht. Schauen wir mal. Gut. So, Archiv, Karte, Verbündeten, Optionen. Archiv, Ivo, Ermittlungen, Verbündete fürs Leben. Hm, mhm. Der Baum, okay, gut, jetzt ist hier wieder alles. Oh. Ich glaube, das, was das Einzige, was wirklich jetzt zählt im Nachhinein ist, dass du treu zu deiner Familie bleibst, dass du dich darum kümmerst. Das ist das, was du hier, in Anführungszeichen, von dem ersten Teil jetzt in den zweiten hier mitnimmst, glaube ich, ne? Wenn wir mal ganz ehrlich sind. So, Karte. Ah, um Gottes Willen, dann fangen wir auch wieder an. Das ist unser Hauptquartier, oder unsere Burg, Verbündete. Oh, König Veriton, Lurs, okay, Grego, Banker. Wow. Der hat tausend Leute. Bella, moin. Okay, bevor ich ihn einlade, erst mal die Leute abfrühstücken. Herr General. Herr General, ich war in Oborka, lag ein sehr seltener Schleier auf mir, es war kalt, roter Nebel. Gut, also, der hat mal ein bisschen nach dem Rechten geschaut. Volando, jetzt haben wir natürlich nicht die Hexe parat. Volando ist so Rittersporn-mäßig. Dann haben wir hier noch Bauern. Und rund um unsere Familie müssen wir uns auch nochmal, müssen wir nach dem Rechten. Euer Gnaden, ich bin es. Volando, der Wunderbare. Ist deine Hexe bereit, mit mir zu kommen? Äh, sie ist bereit. Ich kann nicht helfen. Scheiße, den haben wir jetzt einmal vertröstet um zwei Wochen. Und, naja, müssen wir halt absagen. Vor den Zwecken, Ahoi. So. Die steht nicht parat. Sie ist bereit, zwei Wochen, aber, ja. Wir haben nicht genug Hexen zur Verfügung. Ich kann nicht helfen. Das größte Epos, was jemals geschieht. Sie haben keinen Sinn für große Ekole. Doch, habe ich. Komm in einer Woche wieder. Oder in zwei. Mist, das wird nix. Also, das große Epos ist auch... Können wir abhaken. Das wird nix. Ganz toll. So. Dann muss ich mal sehen, wie das funktioniert nachher mit dem Zurücklegen hier. Naja. Die Dinge sind außer Kontrolle. Sie nehmen die Kinder mit. Warum haben sie ihre Männer nicht geschickt, euer Gnaden? Ich kann mich nicht um alles kümmern. Minus 4. Jetzt geht's frei nach dem Motto. Hm. So. Erstmal boing, boing, boing. Erstmal schön auf den Kopf hauen. Erstmal ein bisschen niederknüppeln, den König. Mir geht's ja noch nicht schlecht genug. Erstmal richtig schön, damit wir noch mehr zu tun haben. Finde ich gut. Mal ein paar Karotten aus der Schweine. Ich komme zurück. Das macht... Okay, ich werde ein Jäger-Hexe. Ich hab weder das eine noch das andere. Geil. Minus 3. Achso, nur zur Erläuterung. Sowohl die Hexe als auch Monsieur Jäger sind unterwegs, um solche Aufgaben zu erfüllen. Also die sind jetzt nicht irgendwo Skatspielen geschickt worden oder machen irgendeinen anderen Blödsinn. Die sind schon unterwegs, damit der Laden noch ein bisschen zusammenhängt. Aber... Puh. Warum nur noch 30 Soldaten? Ja, wir haben eine Schlacht gehabt. Ja. Wir haben keine Soldaten mehr. Unser Schwiegersohn hat uns nicht geholfen. Die Schlacht... Wir hatten dann... Ja. Es war eins... Oh, Gottes Willen. Eigentlich waren wir dann fast alle schon tot. Dann hatten wir Glück im Unglück, weil dann eine Lawine runtergekommen ist. Kennst du dich ja mit sowas aus. Äh, Lawindel. Ja. Und hat alle Soldaten unter sich begraben. Wir sind zurück und unser Schwiegersohn hat gesagt... Haha! Ich glaub dir das alles nicht. Ich kümmere mich um dich, König. So. Ich freu mich schon. Ja. Kaffee schwarz für die Nacht. Moin! Heute Morgen eine Kuh melken. Meine Hexe, mein Jäger. Kauf dir... Kauf dir eine neue Kuh. Oh, Gott sei Dank kann ich hier mit Gold... Ähm... Kuh, ich war ja... Jo, plus zwei. Oh, ganz wichtig. Weil an der Moral hängen auch unsere Steuereinnahmen. So, um das mal kurz zu erklären. Shizuka, guten Morgen! Ja! Noch, meine Liebe, noch bin ich König. Mal gucken, wie lange das hält du hier. Dieses Gold wird euch eine neue Kuh beschaffen oder zumindest etwas Milch auf dem Markt kaufen. Gut. So. Eintrag abgeschlossen. Dann haben wir hier immer dieses Zeichen. Wenn das erscheint, kann ich eine Woche weiter klicken. Aber wir haben vorher noch was zu tun. So. Schlachtvorbereitung. Ne, ich will es gar nicht wissen. Bei 30 Soldaten... Königreich. Was können wir in Bezug auf Ivo und Luxulia tun? Das ist eine gute Frage. Ach so, apropos Luxulia. Ich muss mir wieder meine Seite ausholen. Ah, das war die Tochter, die wir am Anfang verschäbelt hatten. Ja. So. Also. Zur Heirat angeboten. Ja. Jetzt. Mehr Allianzen. Wir müssen nun Prioritäten setzen, wer unsere Hilfe hat, da wir alles Gold brauchen, das wir sammeln können. Okay, wenn die Untertanen unglücklich sind, werden sie gegen uns wenden. Oh, ja, 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 ich bin jetzt schon begeistert. Großer Zahnnadel. Ähm, die Mail muss da noch raus. Gucken wir uns mal die Karte an. Äh, Gärten, Schlafgemach. Oh, Gottes Willen. Ähm, apropos. Ich gucke erst mal im Verlies vorbei. Mal schauen. Ja, die sind noch da. Pietro und... Äh, hier. Äh, hier. Äh, du wirst hier bleiben. Gut. Hier hat sich auch nichts getan, soweit ich das sehe. Woher kommt das ganze Gold? Ja, wir haben uns... Weiß ich nicht. Die ganzen Soldkosten und sowas alles gespart. Ich... Habe ich beim Aufräumen gefunden, unter dem Teppich? Äh. Ähm... Ach, das ist wahrscheinlich egal, in welcher Reihenfolge. Erst mal zu Frau... Oh, guck mal hier, doch. Ich finde, sie hat einen kleinen Pixelbauch hier. Wenn man genau hinguckt... Ich glaube, sie hat einen Pixelbauch. So. Guten Tag. Tätzchen. Wir haben nur klappt diese Schlacht gewonnen. Die richtige Einstellung. Wir verlieren. Wir werden alle sterben. Hilfe. Ach so. Ähm, normalerweise... Bis jetzt habe ich es ja immer so gemacht, dass ich immer alles auch vorlese und kommentiere und auch so ein bisschen Voice-Acting irgendwie mache. Ähm, das werde ich... Heute ein bisschen einstellen oder was versuchen, ein bisschen zu reduzieren. A. Es ist höllisch anstrengend, ob man es glaubt oder nicht, auch wenn es mir viel Spaß macht. B. Wenn ich das richtig im Kopf habe, müssen wir, glaube ich, bis Woche 44, 48 irgendwie hinkommen. Und das werden dann so 17, 18 Wochen. Ich habe das... Heute ist der dritte Tag, wo ich das... Also die dritte Session, wo ich das spiele. Und dann wäre es, glaube ich, ganz gut, wenn wir dann von der Zeitebene und von der Zeitschiene und der Geschwindigkeit auch ein bisschen schneller sind als normalerweise. Weil ich würde es heute... Nicht, weil ich das Spiel nicht mag, aber ich glaube, ich sollte zusehen, dass ich das heute in einem Rutsch komplett durchkriege. Ja. Ja, das kannst du aber vergessen, wenn du nicht weiter üben willst. Ja, so geht das nicht hier. Ja. Montag früh und dann streiken, so nach dem Motto. Ja. Ja. Du wirst ja auch kein guter Tennisspieler, wenn du nicht trainieren willst. Ja. Okay, Miro. So. Kein rechtmäßigen Erben, junger König, Brief, blalalalala. Er kündigt Krieg an. Erik, was machen wir jetzt? Das bekomme ich schon hin, Geliebte. Genau, alles wird gut. Du solltest dir nicht sagen, du bist schließlich schwanger. Und sie war schwanger. Ja. Wir müssen jegliche Komplikationen während deiner Schwangerschaft vermeiden, mein Schätzchen. Aber du musst mir versprechen, dass du eine Lösung findest. Ich bin besorgt. Wieso besorgt? Zuckerschnute hat er gesagt. Nee, oder? Und sie bringt diesen Schwanz durch um. Ah, ich bringe diesen Schwanz durch um. Sowieso. Stimmt. Das haben wir auch festgestellt vor der Schlacht. Ivo schlägt unsere Tochter. Das ist also ein Insert-Schimpfwort hier. Blaue Flecken. Genau. So. Und dann haben wir damals aus Staatsräsongründen darauf verzichtet, diesen Ivo, Klammer auf, Dreckskerl, Klammer zu, damit zu konfrontieren, weil wir ja seine Soldaten brauchen. Die dann aber nicht geholfen haben, die Aschenlöcher. Die Übersetzung ist nicht wirklich schön. Ja. Ach so, ja. Das kann ich vielleicht auch nochmal kurz an die Leute, die heute zum ersten Mal dabei sind, vielleicht erwähnen. Die Übersetzung, also die Lokalisierung, wie man es gerne sagt, ist ein bisschen ausbaufähig. Also, was es manchmal auch nicht einfacher macht, die richtige Entscheidung, oder, ich weiß nicht, ob es eine richtige oder eine schlechte Entscheidung oder falsche Entscheidung gibt, aber sich dafür das zu entscheiden, was man auch gerne hätte. Ja. Was? Das kann nicht wahr sein. Doch, doch. War es Ivo? Ich habe gerade erst mit ihr gesprochen. La, la, la. Gut, wir sehen uns später, Schätzelein. Gut, ich werde hier bleiben. Ich gucke mal. Warte mal. Haben wir hier noch Bettruhe? Äh, irgendwelche anderen Möglichkeiten? Weil die Nadeln und den großen Zahn haben wir ja erstaunlicherweise. Vielleicht können wir damit ja später noch irgendwas machen? Ich würde mich freuen. Das ist Asalia, die wir ja Gott sei Dank nicht verheiratet haben. Die hätten nur über die Klinge springen lassen können, ja? Im letzten Teil. Gut, dass wir das nicht gemacht haben, weil... Versteck. 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 Geheimnis vorwärts. Versteck. Vater, wie geht es dir? Meinst du die Schlacht? Ja, und wenn Ludi weg ist, das war genau unsere Älteste. Ich weiß, dass du sie auch vermisst. Das tue ich, aber ist in Ordnung, Papa. Wir werden zurechtkommen. Oh, ich bin mal gespannt, was mit unserer ganz kleinen Tochter ist. Aber dazu später mehr. Ich wusste, dass du die Radio Werner besiegen kannst. Wir haben fast verloren. Wir hatten keine Wahl. Du weißt das, oder? Ja, ich weiß, Vater. Ich auch. So, das war ja... Naja. Gut. Dann haben wir das erstmal alles. Ich bin mal gespannt mit den Vorräten zurücklegen, wie das funktioniert. Ich glaube, dass es dann inzwischen... inzwischen Übersichten. So, ganz wichtig. Erstmal. Verbündete. Einladen. König Varidin. Also, wir bräuchten wahrscheinlich auch wieder so ein paar tausend Mann. Die Frage ist... Was er... Warte mal. Los haben wir noch. Gregor auch. Was ist denn mit dem Rest los? Achso, die könnte ich auch einladen. Kriegen wir dann wieder zusätzlich die Soldaten? Ich will die erstmal nicht einladen. König Varidin. Jetzt... Warte mal. Der kriegt... Der gibt uns tausend Soldaten. Aber kein Gold, keine Supply. Und tausend Soldaten ernähren ist relativ teuer. Das sind 50. Nicht viel. Wir laden ihn trotzdem mal ein. Mal schauen. Dann können wir unseren Generalen noch über die Karte jagen. Und zwar Sachen aufdecken. Das bringt auch immer ein bisschen was. Wir haben diese anderen Orte gar nicht aufgedeckt, gell? Müssen wir halt schauen. Na gut. Ich glaube, das ist... Alles... Einerlei. Den Generalen für eine Runde. Das ist gut. Bestätigen. General gesendet. Jawoll. Jawoll. Dann müssen wir mal schauen. Jetzt haben wir alle... Okay. Wir haben immer nur eine Brieftaume. Wir haben immer hier einen davon. Von den Agenten heißt das. Dann müssen wir mal schauen, wie das hier läuft. Mit dem Gold und den Versorgungsgütern. Wie lange das so vorhält. Habe ich nämlich noch gar keine... Ja... Ich habe das Gefühl, weil... Shizuka ja auch schon so ein bisschen... Wo kommt das ganze Gold her? Ich rieche da so... Was soll ich sagen? Falle oder... Ich glaube, das... Das Spiel hat mich gelehrt, dass es... Das ist... Es kommt immer irgendwo was ums Eck, wo du dann so... Bong... Einen über den Schädel gewischt bekommst. Naja. Der Königsgipfel. Oh. Willkommen und danke, dass Sie auf meine Bitte hingekommen sind. Oh, haben wir drei Stück. Hätte ich da die Einladung gar nicht rausschicken brauchen. Egal, die sind da. Beziehungsweise... Er ist dann auch im Thronsaal. Ich habe Sie alle hergebeten. Ihre Führung und sogar Ihre Hilfe zu erbitten. Da Wörn ist in Gefahr. Das ist unser Königreich. Wie Sie vielleicht wissen, haben wir gerade eine Schlacht gegen Radovia gewonnen. Stimmt, wir haben gewonnen, ja. Aber es ist ein neuer Feind aufgetaucht. Ivo, der König... Der Sohn des Königs Thales bedroht mein Volk. Schlimmer noch, er hat meine Tochter. Ich habe Angst um sie. Stell mal an, sie bittet uns um Soldaten. Womit hätten sonst zu tun? Weißt du das? Vor der Schlacht mit Radovia bot mir Thales 3.000 Mann an. Das heißt, er wird mindestens mit der Anzahl vorbeikommen. Wir erwarten, dass dies die Armee ist, die Ivo gegen uns aufstellen will. Jeder 1.000, dann haben wir auch 3.000. Dann stelle ich nochmal 30 Soldaten und... Dann haben wir gewonnen. Verdammter Mist. Ich habe zwar schon von größeren Armeen gehört, aber ich selbst bin nicht in der Lage, das zu erreichen. Ja, wenn wir aber alle zusammenlegen und zusammenstehen, dann klappt das. Angenommen. Vorall, Hülfter werden. Dann fehlen immer noch 2.000 Mann. Das gilt auch für uns. Passes war, wie immer, wohlhabend hatte, immer nur eine kleine Armee zur Verfügung. Das ist egal. Das ist egal. Ich besorge die Soldaten schon irgendwie. Gib mir dein Gold. 1.000 Mann ist das Beste, was wir tun können. Es ist doch völlig in Ordnung. Reicht doch. 1.000, 1.000, 1.000. Ihr vergesst, dass ihr die Schlacht nicht auf offnem Feld schlagen müsst. Die Verteidigung des Schlosses mit halb so vielen Männern wie der Angreifer wird vermutlich ausreichen. Ja. Werden Sie uns dann alle helfen? Nicht so schnell. Für den Anfang. Ivo hat es wahrscheinlich seit dem Tod seines Vaters bereits vorbereitet. Wir haben nicht annähernd so viel Zeit, um uns vorzubereiten. Uns vorzubereiten und so weit zu marschieren. Das stimmt. Selbst wenn wir es gleich machen. Es ist nicht leicht, 1.000 Männer zu bewegen. Du musst dich ja nicht bewegen. Die bewegen sich von alleine. Du musst nur antreiben. Wenn wir uns beeilen, können wir Reff nur gerade noch rechtzeitig erreichen. Gerade rechtzeitig ist für mich in meinem Kalender völlig in Ordnung. Das Heiming ist nicht das Beste. Ja, aber selbst wenn wir davon ausgehen, dass es klappt, ist nicht so einfach. Sehen Sie, bei all diesen Radiomanen hatte ich in letzter Zeit selbst eine ziemliche Herausforderung. Nun, Sie sind der Hauptgrund, warum Sie überhaupt hier sind. Ich war nach der letzten Schlacht, hatten sich zahlreiche überlebende Radiomanen in unser Land verstreut. Wenn du mir hilfst, überbleibst, um loszuwerden, gebe ich dir meine Armee. Ich will, dass sie alle verschwinden. Okay, das ist die Quest für ihn. Aber warum nicht die Armen helfen, Heldin? Es ist die einzige Möglichkeit, sie zu töten. Nicht das Töten an sich, aber helfen sie auch nicht. Was? Irgendwann müssen sie woanders hingehen. Oder sie werden einfach verhungern. Ich würde Ihnen raten, sie alle abzuschlachten. Wer weiß, was sie mitgebracht haben. Ja, wir machen die Grenzen dicht. Grenzen dicht machen Abschlachten. Die bringen alle Corona mit. Die bringen alle Corona mit. Mein Corona. So. Barbarisches Ungeziefer. Kann Krankheiten übertragen, sag ich doch. Red ich. Ich singe sogar. Ganz zu schweigen und von den Monstern. Aha. Um Gottes Willen. Mal gucken, was für Entscheidungsparameter ich jetzt... Oh, Entscheidungsparameter. Oder wo ich mich jetzt... Für was ich mich jetzt entscheiden muss. Ich bin kein Fan des Tötens. Du bist aber sicher, dass du König bist, ne? Mhm. Ah, okay. Ja. Also, so wie es aussieht, er sagt dem Motto, ich helfe dir, wir kriegen wieder nur tausend Soldaten. Wir kriegen wieder nur tausend Soldaten. Wenn überhaupt. Er hier ist, äh, also, wo hier gerade die Blase dabei ist, der sagt wohl, ist mehr so ein Gutmensch. Der sagt, nee, den Menschen soll es gut gehen, dann helfe ich dir wahrscheinlich auch. Und das ist mehr so, der haut drauf nix. Ja, so, hey, alle, alle erst mal knechten. Oh, wird schwierig. Eher mal gucken. Also, hier mein Gegenangebot. Helfen Sie allen Radovianen, denen Sie begegnen und Sie bekommen meine Armee. Ja. Also, nur noch mal zur Erläuterung. Rat, du, wir oder die Radovianer, das waren die, gegen die wir gerade die Schlacht geführt haben. Und sind nicht mit irgendjemandem verwandt oder verschwägert. Es ist eine andere Abteilung. Hat dann auch nix mit Ivo zu tun. Das sind so mehr so, um mit Game of Thrones zu reden. Das freie Volk des Nordens. Und jetzt ist ja da genau dasselbe gewesen. Wollen wir sie jetzt abschlachten oder wollen wir denen jetzt helfen? Und die haben da unterschiedliche Meinungen. Und dann werden wir, mit einem werden wir uns verprellen, mit einem werden wir uns gutstellen müssen. Radio Bihana dies, Radio Bihana das. Ich hab dieses Gespräch satt. Ich hab nichts mit Ihnen zu tun. Jelis ist viel zu weit weg, als dass Sie dort hin reisen können. Und ich hab auch nichts von Ihnen im Gespräch zu gewinnen. Danke, was willst du denn sonst? Ich werde meinen Abschied nehmen. Ach, lass ihn gehen, den alten Narren. Ist das was? Genau, wenn die dann über die Berge kommen. Ich vermute, dass Antana etwa 19 Wochen braucht. Okay. Gut. Das heißt, 19 Wochen, 19 Runden, 20 Runden. Na, gucken, ob wir das heute hinkriegen. Wenn ich keine Probleme mit den Radio-Wernern habe, dann werde ich ihn bei den Männern leiden. Oh, so ist das also? Wollen Sie die Leute verhungern lassen, Erik? Ah, da spricht sich herum. Und wenn ich höre, dass ich weigere, den Volkmann-Radio zu helfen, dann können sie nicht mit mir rechnen. Könnt ihr euch nicht irgendwie einigen? Wie kann ich jemanden unterstützen, der das Leid der Menschen gleichgültig ist? Hat Ivo nicht schon ein Monster genannt? Beweise nicht, dass er recht hat, Erik. Das Problem... Also, sag mal, 1000 Leute müssten nochmal... Das heißt, wenn wir mal Nahrung außen vor lassen, 1000 Mann reichen. Wenn er mit 3000 kommt, 3 zu 1 in der Burg, Verteidigung, passt. Wir müssen die ja nur versorgen. Mal gucken. Aber nicht, dass der andere... Einen werden wir verprellen müssen. Nicht, dass der sich dann auf die Seite der Angreifer stellt. Naja, tu, was du tun musst. Wir sehen uns in 19 Wochen. Ah, ich werde auch mal vorbereiten. Wir können alles nochmal durchgehen. Tschüss. Ja, das hätte besser laufen können. Ja. Da sprichst du wahr. Solfz, hast du nochmal einen Vorschlag? Ich dachte, du wärst schon weg. Ah, ich war auf dem Weg und dann hatte ich eine ihrer Tochter getroffen. Die für ihr Alter recht reif scheint. Ach, sehr schön. Wir sind wieder im Kupplergeschäft. Sehr geil. Wir können wieder eine Tochter anpreisen. Sehr gut. Ah, darauf erstmal einen Schluck, du. Sehr schön. Hat bis jetzt... Bis jetzt ist immer was wunderbar Schönes bei ihr rausgekommen, wenn wir unsere Tochter verheiratet haben. Ist noch nie schiefgegangen. Ja. Eine Ehe für die eine Armee? Ja. Onkel Sharon, moin moin. Und ich schielt sie sich für ein Nachhören. Was sagt ihr dann? Als hätte ich keine Wahl. Ich muss uns nochmal überdenken. Das geht nicht. Mit das geht nicht ist ein bisschen... Welche Tochter soll es denn sein? Oh. Naja, es kann ja nur eine sein. Ah. Was mich jetzt interessieren würde ist, ich will aber allerdings, wenn die in 19 Wochen kommen, wenn die die Armee bereitstellen, ich hab kein Bock, in Anführungszeichen, dass ich jetzt Soldaten zur Verfügung gestellt bekomme. Ich kann die ja nicht alle versorgen. Ja, weg mit... Ja, wahrscheinlich weg mit der Tochter. Bescheid, als hätte ich keine Wahl. Ja. Oh, wenn wir mal ein Angebot eingehen wollen, schicken wir eine Taube mit einer Einladung. Mist, hätte ich die Taube nicht losschicken sollen. Ja, wir können ja die nächsten Schritte ein. Wahrscheinlich eins nach dem anderen. Sie müssen Vorräte aufbemahnen, um sich auf die Belagerung vorzube... Ach, du ahnst es nicht. Na, wunderbar. Guck mal hier einer an. Zeit bis zur Belagerung, 19 Wochen. Sie müssen Vorräte... Juhu. Vorräte beiseite zu legen, klicken Sie im Abschnitt Ressourcen auf die Schaltfläche. Los. Wenn Sie genügend Vorräte gesammelt haben, das wird es hier unten sein, äh... Machen Sie eine Kiste mit Lebensmitteln. Um alle während der Belagerung anfüttern zu können, benötigen Sie fünf Kisten mit Vorräten. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Wieso kann ich... Wieso brauche ich fünf und ich kann zehn herstellen? Haben wir bald eine Rattenplage? Wird das dann weniger? Wird dann was gestohlen zwischenzeitlich? Mich deucht, mich deucht, mich deucht. Mich deucht. So, 76. Dann bringen wir erstmal was in Sicherheit. 10 ist nicht die Kiste. Ach, du Schande. Eins. 30 ist eine Kiste. Das ist viel. Komm vorbei und willst du die Vorräte essen? Ja, also. So, das ist jetzt... Das ist unser Nudel... Äh, nun. Das ist unser Nudel- und Klopapierfond. Hier. Nennt sich Vorräte. Zeit bis zur Belagerung. 19 Wochen. Okidoki. General, Hexe. Das ist blöd, dass es nicht geklappt hat. Der Jäger ist zwei Wochen noch unterwegs. So, die kosten hier Gold. Boah! Hier, wenn einer mir eine Armee jetzt stellt, das muss ich ja auch noch bezahlen hier. Ach, du ahnst es nicht. Gregor, Mascha haben wir. 13, warte mal. 13, 14, 20. 26 plus machen wir. Ist nicht viel, aber immerhin. Ok. Gold. Na, da wird auch noch irgendwas passieren. Weil wir machen 15, 16, 17, 18. 20, 26. Und hier haben wir 20 Ausgaben. Also, je nachdem, wie wir die Leute, unsere Agenten, auf Reise schicken. Dann kosten die nämlich keine, kein Gold, keine Ressorts. Naja, speichern. Und es sieht machbar aus. Aber, ha, 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 ha. Ich kenn das Spiel. Ja. Das ist... Nicht immer nett zu einem. Foil.